Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wir befinden uns am Ende des Monats Dhul-Qi'ada, des 11. Monats des Hijri-Kalenders und vor dem Monat Dhul-Hijjah, in welchem die Hajj stattfindet. Die allermeisten denken in dieser Zeit besonders daran, zu schauen, wo sie ihr Opfertier schlachten können. Aber in Wirklichkeit stehen wir vor Tagen, die an Vorzug nicht zu übertreffen sind. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte über die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Während keiner Tage ist eine gute Tag Allah lieber als in diesen 10 Tagen. Deshalb sei in diesen Tagen bestrebt, viel Gutes zu tun, egal welcher Ibadah, welchen Gottesdienst du auch machen möchtest. Fang mit dir selbst an und zieh dich zur Rechenschaft. Bitte Allah um Vergebung und zeige aufrichtige Reue. Und denke daran, dass in den Haram-Monaten, also den geschützten, den heiligen Monaten, die Sünde auch schwerer wiegt. Zum Beispiel das Fasten. Faste so viel du kannst und so viel du möchtest, aber mindestens den neunten Tag, also den Tag von Arafah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde über das Fasten am Tag von Arafah gefragt und er antwortete, es löscht oder es tilgt das letzte und das nächste Jahr. Das wurde bei Imam Muslim überliefert. Und achte darauf, dass der Id-Tag bzw. die Id-Tage, also vom 10. bis zum 13. Dhul-Hijjah, Tage sind, an denen nicht gefastet werden darf. Eine andere Ibadah ist das Schlachten des Opfertiers, also die Odhiyah oder den Kurban. Das Schlachten des Opfertiers ist bei den meisten Gelehrten eine Sunna, wobei es auch die Meinung gibt, dass es verpflichtend ist. Deshalb unterlasse es nicht, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und das Schneiden der Haare und der Fingernägel, nachdem der Neumond von Dhul-Hijjah gesichtet wurde, ist bei den Hanabiler verboten und nach der Mehrheitsmeinung verpönt. Deshalb, wer schlachten möchte, der sollte vor dem Eintritt des Dhul-Hijjah seine Fingernägel und seine Haare geschnitten haben. Ansonsten gibt es noch viele andere Ibadah, wie den Dikr, also Allah zu gedenken, das Spenden, die Sadaqah, Dua, das Bittgebet, das Nachtgebet, das Pflegen der Verwandtschaftsbande, die Eltern gut zu behandeln, die Nachbarn gut zu behandeln, die Menschen im Allgemeinen gut zu behandeln und natürlich das Koran lesen. Deswegen streng dich in diesen Tagen besonders an und besonders auch sei ein Vorbild, egal wo, auch auf Social Media. Teil Gutes, verbreite Gutes und halte dich bewusst davon fern, Schlechtes zu verbreiten. Ibn Rajab sagte, dass die Pflichten in den zehn Tagen von Dhul-Hijjah besser sind als die Pflichten in den anderen Tagen, also die Belohnung für diese. Und die freiwilligen Taten in den zehn Tagen von Dhul-Hijjah besser sind als die freiwilligen Taten an irgend anderen zehn Tagen. Er sagte sogar, dass freiwillige Taten in den zehn Tagen von Dhul-Hijjah besser sind als die freiwilligen Taten in den zehn Tagen von Ramadan. Deshalb plane die kommenden Tage und streng dich an, damit du während dieser Zeit deinen Lohn leicht pflücken kannst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen den Erfolg geben, diese zehn Tage gut und effektiv zu nutzen. und sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.